Jetzt 2 Meter Sicherheitsabstand, ne? Ja, ja, gesetzlich 1,5 und wir machen 2. Noch eins zu meinen Haaren. Ich bin so aufgestanden, sie stehen so. Die Friseure sind ja zu und meine Haare wachsen wie Unkraut, wie Jesus. Also nicht wundern, Leute. Ach, der Herr ist auch live. Ach, sag das doch. Wir müssen das noch mit den Kameras hinkriegen gegenseitig, das wäre schon mega cool. Da müssen wir uns auch mal irgendwann mal ran setzen. Ah, das ist live. Dass man bei dir das Spiel sieht, bei mir das Spiel sieht und uns trotzdem beide Gesichter kirmes, damit die anderen so irgendwie, ja, meine Augen, oder? Lädst du mich ein oder soll ich dich einladen? Äh, kannst du mir auch bei, ne, beiträgen kannst du. Oh, bestimmt. Nein, kann. Ich kann... Alles. Spieler entfernen, blockieren. What? Shadow pausieren. Ach, der installiert noch. Was denn? Ach, deine Haare schauen auch schick aus, was hast du? Ja, die sind hier so. Hier. So lang. Wo? Egal. Egal, Karl. So, dann, äh, hauen sie rein. Beutelgeld. Ja, Buddel, Buddel. Buddelgeld in Buddel, Buddelmanier. Ähm, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ne, Fensteraufnahme war das, ne? Fensteraufnahme. Was meinst du denn? Und da muss ich sein. Äh, Discord. Ah, ja, 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 genau. Vom Dings. Genau. Aber da müsstest du mit mir im Discord halt, äh, so ein Chat. Ja, ja. Ja, ja, alles gut. Können wir ja gleich mal gucken in Ruhe. Genau. Genau. Gespielt haben. Genau. Erstmal wird jetzt hier abgesaugt. Genau, ich bin immer noch müde. Immer noch müde. Aber wir werden das hinkriegen. Ja, Murphy kommt auch nachher noch. Ja, ja. Tippt schon. So, wir müssen auch ein bisschen, mann designen, ein bisschen ran gespringen. Inni, money. Inni, money. Das war hier einfach. Inni, wo die... Können wir mich nicht töten? Ich wusste, dass da irgendwo einer ist. Na, egal. Oh, mein Maus spinnt. Was ist denn mit der Maus? Ach, egal. Mal gucken. Und hab ich. Ach, Mann. Wie sie sich gegenseitig beschießen. Meine Güte. Was ist sofort ganz hinten anfangen, würde ich sagen. Es sind viele Häuser. Und dann fahren wir runter. Fahren wir runter den Weg hier lang. Da lang. Da lang. Da ist mal ein Versachen da, ne? Oh, nee. Ach, David, so. Ich dachte, er auf die anderen Seite. Oh, das ist gut. Wo der Stern ist. Ich glaube, da sind auch ziemlich ganz gut. Mal gucken, wie viel abspringen. Okay, 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 okay. Ja, sieht okay aus. Scheiße, was ist das mal an? Das ist jetzt eine Runde Buddelgeld. So. Nice. Echt, wo? Wahrscheinlich irgendwo. Irgendwie ist meine Maus heute nicht cool drauf. Meine Maus will nicht so wie ich. Da schießt schon jemand. Da ballert schon jemand rum. Ja, ich hab auch schon jemanden gekillt. Ich hab schon zwei gekillt. Was ist denn der scheiß Engel hier? Das kann man ja. Na schön. Jetzt hat er mich anvisiert. Jetzt hat er mich nicht gefunden. Geld. Schaut mal gut aus. Mit dem Buddelgeld. Kann man doch gut was kriegen. Das auch noch. Feindliche Drohne über uns. Ja, genau. Da ist mein Tollraum. Mann. Der Pispirner. Scheiß, Fick, Gesichtskirn. Was, was, was? Wo hast du die Vanillen ab, Alter? Alter. Ah, der ist noch gestorben, der Ficker. Ich hab einen runter, also Daumen gekriegt, dann kommt von hinten noch einer. Weißt du, weil hinter mir gelandet ist, die Vollwurst. Was gibt's da denn hier? Oh, wo ist denn der jetzt hier? Alter. Am Arsch der Welt, ja? Am Arsch der Welt beim Prison. Du auch? Nee. Port Trilial, oder was? Hier will hin? Ja, hier Port. Sofort hier runter, das größte Gebäude. Geh hier rüber. Ich geh da, wo ich die markiert hab. Bin unterwegs. Ich hab mir jetzt hier vielleicht in die Mitte. Oh. 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 Feindliche Drohne über uns. Hier ist ein Sturmgewehr. Vielleicht ist MG da drüben. Evakuierung in Bereitschaft. Eine Landenzone markiert. Was denn hier ein? Soll ich die Leitung mitgenommen? Ah, egal. Oh. Soll ich die Leitung mitgenommen haben? Soll ich die Leitung mitgenommen haben? Guck mal, wir sind neunter. Äh, siebte meine ich. Hm, das ist gut. Allerdings muss ich erst mal gucken, äh, wo ich die Datei hab, weil ich hab die, ich hab die noch, aber ich hab die auf meiner externen Festplatte gespeichert. Oh, kein Ding. Das war eigentlich mal mein Logo, äh, für das DJ-Kram, Zeus, Boomster, Linkster, Boomster. Aber, aber, warum soll ich das jetzt ändern, ne? Mhm. Also, jetzt sofort ändern. Nämlich kann man das lieber nutzen und ein bisschen, vielleicht ein bisschen abvariieren, äh, ein bisschen, weiß schon was ich mein, ein bisschen variieren vielleicht. Das ist vielleicht erstmal nicht so, aber das ist gut. Ich hab jetzt auch eine Bescheidigung bekommen von Maratzke. Ähm, wegen, hier, Arbeit fahren und so. Ja, hab ich auch gekücht. Ich hab sie nur als PDF-Datei auf dem Handy liegen. Ich hab die ausgehört und Druck bekommen. Ich hab mir aber noch ein Foto gemacht mit Handy. Ja, vielleicht kriegen wir die ja noch zugeschickt und weiß das schon, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir mal gucken, wo ein Shop ist, ey. Das ist hier kein Shop. Oh, da ist so. Auftrag abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Alter, hast du mich schon schocken, ey. Du wirst du feindlich in tief verfolgt. Dann komme und übernehme. Ja, toll, das fehlt mir auch noch. Wir sind hier echt weg. Hm. Wir müssen Geld sichern. Kommen wir gerade recht. Ich weiß auch, keine Ahnung, wo das ist, aber... Tja, wir kommen doch noch nicht zu spät, ey. Oh ja, wir müssen... Und hier wird von uns. Frau Helfer hier. Frau Helfer hier, schnell, schnell, schnell. Da sind zwei gewesen. Ich hab nur einen Daumen gekriegt. Komm, 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 komm. Der heilt ihn jetzt, der heilt ihn jetzt. Ja, aber ich bin hinter mir auch was. Oh nein. Das war nicht gut. Scheiße. Alter, ein bisschen länger hat er... Ach, Mist, Alter. Egal, erste Ronde ist man immer ein bisschen noch müde. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Ja, ich werde die halt auch hier abspringen. Was ist da hin? Komm, lass uns mal den König erkillen. Geht schlecht, wenn einer schon hinter mir her ist. Geht das schon down, oder was? Der war markiert. Der war markiert. Ach, ja. Ach, ja. Wel urine. Geht richtig. Geht's. Geht's. ich war gerade einmal 26 im einzel spiel oder so ja 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 Ich besorge uns mal ein Fahrzeug, ne? Warum? Ein Heller. Schon genug Kohle. Sieht für uns trotzdem nicht gut aus. Nö, wir haben die Runde echt... Scheiße. Aber egal. Ich kann auch nicht jede Runde gut laufen, ne? Ist der Fahrverkauf wahrscheinlich hinten? Ja. Wo bist du? Komm zu dir. Dann schmeiß ich gleich dir einen Ballon. Oder willst du dir auch noch einen Ballon kaufen? Hm, ja. Ja, dann kauf dir einen Ballon. Du hast ja fast kein Geld. Das reicht nur für einen Ballon. Ich will fahren. Ich bin mitfahren. Was? Können wir denn zählen wohin? Ja, das war's. Fahr mal dahin lieber. Da ist ein Helikopter. Dann schießen wir den ab. Dann schießen wir den ab. Da oben ist er. Gehst du ihn? Der Helikopter? Mhm. Da hin mit. Kann ich mir von da schießen. Da ist er jetzt hin. Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da. Da oben ist es nicht hier. Dass gierlich man anKaue. Gertroffen. Das war schön, oder? Nei. Jetzt rollen wir die Kohle. Das habe ich doch schick gemacht, oder? Habe ich das nicht schick gemacht? Da hinten ist noch einer. Da wird gerade geballert. Wir könnten uns die Leute erholen, die das Fahrzeug, also den Helikopter beschießen. Wenn die uns nicht sehen. Schleller, es geht halt. Beide links nur noch Scharfschützengewehr. Ja, das andere ist, äh... Ja, moin! Zusebars, wie geht's dir? Hier, Beutelgeld los, Beutelgeld ist hier los. Ist er jetzt abgestürzt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ein bisschen Kuchen habe ich noch gekübt. Wow! Ich werde hier beschossen! Scheiße! Du bist gleich da, mach ihn kalt, mach ihn kalt! Der ist hier vorne, sofort hier drin, wo ich gestorben bin. Der ist hier drin, der ist immer noch hier drin, der ist immer noch hier drin. Jetzt läuft er weg, jetzt läuft er zu dir rüber. Rechts, 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 rüber, rechts, rüber und gerade raus. Ja, da, 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 und dann links. Der ist da hinten irgendwo hingerannt. Ach, du bist zu spät. Zu spät, Keule! Ja, völlig. Danke, Tusebars, danke, danke. Ja, meine Töne sind noch nicht aktionisiert. Das kommt noch. Ähm, 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 ähm. Ich bin schon so. Ja, danke erstmal für deine ganzen Witz. Tusebars. Ja, guten Hunger, guten Hunger. Und danke, dass du hier einen Zapf wieder rausgeschmissen hast. Legendär hier, legendär von Tusebars, du. Legendär. So Ähm Ähm, ähm, ähm Ich hab irgendwas für die Waffe bekommen Erstmal schnuppern So einen heftigen Skin Jo So, ähm Es Nein, das war nicht meine überzugte Waffe Überzugte Waffe ist die immer noch Oh Ohne Taktischen Laser Mit, äh Dem Visier Ähm Vollmattler geschossen 50 Schuss Äh, 50 Schuss Ähm Denn Tarnung ist Sie Fahrradkreuz kann ich noch nicht Talisman Na, Max, Max Hm Marcel, wie geht's Willkommen hier, äh Als Subber Die wurde gerade ein Sub geschenkt Oh, schön Ja, den noch nicht leider Ah, kann ja auch noch kommen, ne So ist das Ähm So, hast du schon neu angemacht, oder? Jetzt Weil wir jetzt gerade am Basteln waren, weißt du Aber dazu machen wir erstmal Ich hab noch ein neues Visier gekriegt, nämlich Dazu bin ich noch viel zu low, alles Oh, alles viel zu low Alles viel zu low Low, low, low Was ist das für eine Ansicht? Eigentlich müsstet ihr mich hören, aber ich hab euch ausgeschaltet, oder was? Nein Das ging schon alles Ich hab nur den Kanal gewechselt Bereit machen zum Einsatz Zeit zum Aufwärmen Alle pennt Pizzle an wie da auf dem Dach 100 pro Deswegen lande ich nicht auf dem Dach Ja, ja Ach, nö Ja Ja Ja, ja Die Welttabby ist eigentlich hart, wo wir da noch Ich habe jetzt eigentlich hart, wo wir da noch Es ist wirklich hart Aber egal Egal. Freutelgeld. Freutelgeld. Ja, ihr seid lustig, nur weil ich aus dem Dingstrick bin. Ja, ey. Seid ihr noch im Spiel oder was? Ja. Also wir haben gerade angefangen. Toll, ey. Ja, dann war ich einfach in der Battle Royale einzeln. So lange dauert eine Viertelstunde bei euch, da ist es gar nicht so groß. Nee, so lange auch nicht. Ich will bis jetzt nur ein einziges Mal beim Singletrain lassen. Den einen auf dem Bein. Wie lange gespielt ihr schon? Zwei Minuten. Also das ist die Runde. Also ich bin seit einer Stunde live. Zirka. Stunde elf. Bei mir sind es 37 Minuten. Den hier 27, sorry. Ist doch nichts. Oh. Du bist der Held des Tages, ey. Läuft bei uns heute, ey. Scheiße. Läuft, läuft hart, Alter. Läuft hart, sehr hart, ey. Party hart. Ach, zähle ich's. Ist auch nix, ey. Das ist nass für ein Kacke. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Vielleicht bettet ihr auch erst mal wegen der... Ausrüstung markiert. Oh, das war gut, ey. Ist halt geil. und marcel wie geht es dir was treibst du so schönes da war einer was war das denn ich weiß ich hab dich davon überfahren und den rest hast du geerledigt glaube ich ja der pappelt sich unter deinem auto da hab ich mir was denn das denn jetzt ist doch nicht euer ernst dachte ich mir also aktuell ist der herschlagsensor hier nichts an ist keiner im moment machst du dabei oder das? ja ja das ist gut ey das ist praktisch macht er das automatisch oder? er muss die Kuh halten hier ist auch schon viel ach der kommt wieder wollen wir wetten da ist er doch schon wieder der das hätte er wohl nicht gedacht er dachte er kann sich hinter dich schleichen und dann haben wir den gefickt alter haben wir den gefickt ey alter war wie ey er war so gestorben ey oh man also in diesem kleinen container ist echt eine menge drin ja vor allen Dingen äh klappen sind da drin das ist gut ja jetzt muss ich aber echt zum shop wow da ist schon einer da ist schon einer oh oh da ist einer da ist wieder einer ich seh nicht wo ist der ich wurde geblendet ist ja auch ah ich bin wieder down klick hier und bin down ja ich weiß noch nicht wo der ist der ist da äh da in dem gebäude war der da hinten irgendwo ach da unten ist das auch in Quarantäne Marcel oder was? ich hab ihn erwischt der war oben auf dem Dach der Sack oh thank you hast du noch irgendwelche Platten? weil meine hab ich verbraucht ja ich kann dir gleich eine geben mach dir bei dir erstmal voll und dann äh ja mach ich ja jetzt kannst du dir eine holen ja ja egal laufen wir erstmal zum Dings bevor die hier wieder kommen ich will das Geld noch sichern die haben nämlich viel Geld hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir ich versuchs ich versuchs ich versuchs ich hab ihn wieder angepinkt du siehst ihn im Moment eine Zeit lang auf deinem Radar wo er lang läuft dieser wechselt ja mal zum Sturmgewehr ich versteh das nicht waren das zwei oder war das nur einer? also ich hab nur einen gesehen ich bin mir da jetzt nicht so sicher aber da kann sein das ist noch von oben eigentlich ich hab grad irgendwas gehört da ist keiner ich hab's ich hab beide ahhh noch ein dritter da konnte ich nichts mehr machen da konnte ich echt nichts mehr machen ey zwei habe ich erwischt einer ist leider hinter mir noch gewesen ich hab's mir schon gedacht weil der andere stand da die ganze Zeit rum da ist er vorbereitet Vogel bereit fürs Einzahlen ich hab's dann noch hin jawoll jawoll nice brauchst du Platze? ja eine Platte brauch ich auf jeden Fall ja fracht ist sicher und auf dem Weg aus dem Einsatzgebiet fracht eingezahlt und sicher in der Basis dritte Sonstanz in aller da können ja nicht alle hier hin also das doch muss man weiterlaufen du brauchst es auch nehmen weg was ey das ist ein Fahrzeug oder? ähm ein paar ein paar nachzu wo ihr auch alles leer Ja, Marcel, bei den Einkaufsläden oder ich gehe das noch vor euch. Das ist noch ein Rahmen. Rück zur markierten Position vor und sichert den Bereich. Und dann? Ähm, nein. Lauf ich durch die ganze Wollerei. Ja, wir müssen mit dem Auto da durch die Gegend fahren. Ja, ich bin ja schon da. Lalalalalalalala. Haut, was ihr denn nicht hättet, wenn ihr Bock habt. Wäre mega nice. Hochschraube ist weg. Lol. Hier ist ein Scharfschützengerät. Wo ist der denn, Alter? Der muss doch, der läuft ja die ganze Zeit rum. Wo ist der denn, Alter? Den Hammer? Ja. Da ist ein Scharfschützengerät. Da ist ein Scharfschützengerät gesichert. Na. Alter. Da geht's rein. Immer weiterlaufen, immer weiterlaufen. Das Gebiet ist kacke. Nächstes Mal springen wir da nicht mehr ab. Obwohl bei den Containern war das ziemlich gut. Aber ab den Containern müssten wir dann, äh... Da waren halt so viele Gegner, ne? In dem Moment halt auch. Und da müssten wir ein Fahrzeug haben oder so. Irgendjemand schießt auf mich. Irgendjemand schießt auf mich. Kann sein nicht, dass es gewesen wäre. Scheiße. Murphy soll dich grüßen. Übrigens von To The Past. Na, sag mal, muss zurück. Der hat mir erst mal einen Screenshot geschickt. Weißt du, wer das ist? Alter, ich bin tot. Wieso? Weil ich von Quad überfahren worden bin. Nice. Aber ich hab... Aber ich hab den Typen, äh... vorher gekillt, Alter. Also gedowned. 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 Gedowned gemacht. Gedowned. Ja, ich hab die gerade auch Gruppen sehen, deswegen. Da, da, da. Da waren auch da. Ja, nein. Ja. Ähm, von... To The Past hat mir ein Foto geschickt. Ja, so, ja. Und von wem's featured? Von... Von deinem Facebook-Kofil. Wem ist das? Weißt du das? Du bist mit dem befreundet. Weißt du, wer das ist? Ich so, ja klar. Das ist Murphy 18. Ach so. Warum schreibt der... Warum schreibt der das nicht dabei? Ja, danach vielleicht so eine Nachricht so... Hey, ich bin's. Spurphy. Warum schießt du denn da? Weil gerade bei mir eine Drohne war. Da hätten wir es einer runtergeflogen. Ja, voll. Moin, Moin, Pulmano. Wie geht's dir? Wie steht's dir? Wie sieht's aus? Was geht ab von dir? Ja, ich mach's jetzt. Da sind alle am Pollern, ey. Alter, da geht's richtig ab. Sammelt so viel Geld, wie ihr finden könnt. Mann, dieser scheiß Helikopter. Da ist Helikopter! Ach, Mann. Da sterbe ich jetzt. Was? Ich wäre der Volk, kann er sterben. Das macht keinen Sinn. Wie bist denn du? Ja, ich brauche dich. Ich bin doch nicht unterbreit. Aber, ne, ich bin doch nicht unterbreit. Holmano, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was treibt... Oder bist du gar nicht mehr drin im... Hier, in mir? Weil der Zuschaueranzeiger bei Twitch vertraue ich nicht. Ja, ist so. Die hat mir schon... Äh, angezeigt. Nur Zuschauer, obwohl ich drei Zuschauer... hatte. Das wusste ich ganz genau. Oh, Alter, geht's dir ab. Alter. Töte! Boah, aber was schießt da voll daneben? Koiler! Ja, ich bin nicht du oder sowas, weißt du doch. Koiler, wir sind hier nicht bei der Xbox! Da sah Xbox-like aus. Oh, Mann, ey. Du musst mich erst mal nach dir gewöhnen. Tut mir leid. Also ich hoffe, dass noch 50 Sekunden mit neues Geld zu holen ist. Komm, geflogen! Oben auf dem Ding ist jemand. Hier unten, unten, unten. Uns sind zwei, uns sind zwei, unten sind zwei. Und jetzt 33.000 durch verloren. Ja, und du meinst, ich geh jetzt da runter? In den Zinsen kann ich noch... Nein! Da los! Oh! Wo kommt der denn jetzt her? Nein, Mann! Oh, Mann, schreie! Was war das denn? Nein, Mann! Hat er sich nicht gefreut, dass ich gestorben bin? Na, das nenne ich einen Fan. Oh, Mann, ey. Was ist ein Fan, du sagst dir? Nein! Warum? Warum? Mann, Alter, der holt mich, Alter. Scheiße! So, also... War es uns bei dir auch? Bei uns auch? Die sind überall! Das ist wie ne Plage! Digga, Alter, ich bin vierter geworden, ey. Scheiße, ey. Wie, du bist nicht besser geworden? Das geht ja gar nicht. Ich schwöre. Vierter, Alter! Dieser kleine Penner, ey. Ah, ist das geil. Ja, fände ich gut. So. Dieser Lobby beenden. Und dann... ...einen weiteren hinzuladen. Stoff. Oh, wie ärgerlich denn. Oh, Scheiße. Egal. Komm, warte mal. So gut dabei, ey. Dann kommt der Idiot da um die Ecke, ey. Scheiße. Pass mich für euch ein bisschen an. Wie meinst du? Ja, hier. Operator-technisch. Operator. Die Siehst du jetzt cool aus mit der Sonnenbrille? Besonders wenn du im dunklen Gebiet rumläufst, macht die Sonnenbrille sehr viel Sinn. Ja klar. Da sehe ich dann mehr, weißt du? Ja genau, deutsche Technik, ganz klein und schmal. Ganz schmal, die werden ja auch immer dünner. Ja. Da ist der To the Pass ja immer noch. Das ist ja so viel. Und To the Pass, wie schaut es aus? Der ist MVP. MVP? Nein. To the Pass ist noch da, im Chat. Ach so? Bei mir. Der war nur Bratwurst essen, Junge. Boah, hör auf, konnte ich nicht so weh. Äh, ich muss auch noch was essen gleich. Ich glaube, nach der Runde machen wir kurz eine Essenspause, oder? Ja, werde ich auch dafür. Ja. Ich hab echt noch nichts gegessen. Ich hab schon gegessen. Ja, du. War mir nicht. Ja, spiel doch ab, du. Schön vom Grill. Ja, man kann weg. Hey, Julia, kannst du mal bitte ruhig sein, Alter? Der hat ihn voll erwischt im Kirmes. Alter. Wow. So, mein Overlay's 1A. Danke, Polmano. Danke, danke. Bleibt aber nicht. Das bleibt aber nicht so. Das ist jetzt erstmal übergangsweise. Bis das neue kommt. Ich hab doch hier angesehen. Ich kleinig hier extra und das habe ich. Ah, fuck ey. Oh, wenn ihr so weiter genug Training sagt, ne? Ping, Pong, 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 Chong. Wie hieß ein Typ der Chinesen, den wir dabei hatten? Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, genau. Kann man sich alles bei mir im, ähm, bei YouTube oder Stream Wiederholung angucken. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Weiß gar nicht mehr. War der gut? War der schlecht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Oh, der war nicht schlecht. Ich wollte sofort ballern. Ich seh ein Drattig auf Kelz, Kelz, Kelz. Deshalb lande ich ein bisschen Upseize, damit ich sehe, wenn da alles noch landet. Da lauten nämlich heftig viele. Ja Mann, aber richtig viele. Also alle zusammenbleiben am besten. Also einer schießt auf mich die ganze Zeit schon. da kommt aber hier habe ich noch ein jetzt alle auf einmal genau warum sterbt ihr alle jetzt auf einmal ich sehe nicht sehen nicht sehen nicht ist denn auch die bildqualität okay so ich habe keine ahnung ich muss erst mal wieder alles abchecken und dass alles super ist kack gut genau da auf dem dach da sind sie wo auf dem dach da genau auf dem dach wo ist ja kein ich weiß nicht da stand ja gerade wo ich runter gegangen bin natürlich da sind sie wo ist die scheiße da ist einer julian guck mal habe ich markiert scharfschütze ist der scharfschütze da hinten das ist viel hinten drei leute warte 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 ich habe schon ich habe schon wir müssen weiter schießen komm zu mir rüber wo bist du ich bin da schon wieder ja du kannst dich doch heilen glaube ich ja ah der kommt wieder hin ok jetzt nicht mehr nee scheiß Fick ich hoffe die werden jetzt auch noch alle abgeknallt Murphy macht sie pass auf Murphy die haben sich gleich klack da war es schon mal schild von mir ruck broken 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 wo landen wir wollen wir da wieder hin wollen wir die auflaufen oder was ja ich will sie töten ey ihr killt uns wir killen euch mehr ja sie sieht ja genau rein alter wie sieht die denn jetzt Da hinten ist einer. Wo, 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 wo. Wo ist er? Wo ist er? Hier wird jetzt keiner von uns gewinnen, weil jeder jeden jetzt killen will. Ich habe keine Platte, kein gar nichts. Oh, hier sind ein paar Platten. Hier ist einer. Ach, hier ist einer. Ach, Junge. Diese kleinen Kinderblieben. Meinst du die Camper? Mal 10. Ich bin doch einiger Statistiker, ne. Ja, bewegt nicht was. Mist, vergiss den. Alles klar, alles klar Hier ist der Vornehmel, Forge muss ich jetzt mal Waffe wechseln äh Platten brauchst du? brauchst du Platten ja ne? ja ja ich brauch zwei mindestens ne komm her ich hab zwar nur noch keine aber nur zwei aber egal ich sterb eh früher wie du mein Gott mein erster Kill alter hier komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin töte sie, töte sie oder es er muss nachladen hinter dir sind auch noch welche hinter dir kommt einer ich hoffe du bist nicht tot hinter dir töte es wo ist eierlich? ach scheiße da war ich zu spät versuch nicht Dauerfeuer zu machen sondern immer kurze Feuerstöße dann zieht er präziser ähm um ich habe es vergessen aber du willst verfolgen ich weiß nicht wieso bei dir läuft das spiel ruckelt das total bei mir im stream im stream ist mir etwas aufgefallen ich habe es immer jedes mal vergessen zu dir zu sagen auch in den aufnahmen ruckelt das extrem also bei mir zumindest ich weiß nicht wieso ich wollte das nur mal sagen jetzt wo ich dran denke ja ab und zu kann das ja sein das kann sein ja teilweise aber extrem viel also extrem oft ja keine ahnung wieso nicht nur mal also zwischendurch ist es nicht nur mal sondern eigentlich durchgehend nein mein boussard schön dass du wieder da bist schön dass du wieder einschaltest alter wir müssen dann wie lange dass ich sterbe vorher zum faktor oder wie der faktor ist coming oder was manchmal klappt das einfach durchs fenster nicht das ist so doof gemacht er ist ein scharfschöpfung gewähren er ist ein scharfschöpfung gewähren wieso bin ich eigentlich als ziel markiert ich verstehe das nicht für gejagt weil einer einen auftragen genommen hat und ja ok ich dachte ich bin schon was besonderes du bist ja das kopfgeld ja das sowieso guck mal obwohl wir nicht viel nur rumgeballert haben ne sind wir jetzt wieder platz 10 komisch schon komisch ne ja wenn ich rumgeballert habe ich bestimmt wieder platz 2 oder so da bewegt sich was da bewegt sich was da bewegt sich was die und die 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 das ist unser ziel weil wir die kohle loswerden müssen deswegen müssen wir alle hin besonders ihr beiden falls es noch nicht gemerkt habt erstmal tatsächlich shop dann rest ich würde auch sagen ihr fahrt sofort ihr bewegt euch beide sofort dahin und ich komme nach ich gucke noch die gebäude durch und ladet die luftballons alle beide voll haben wir denn zusammen 90 40 vielleicht versuchen wir noch mal hier irgendwo was zu kriegen dann mache ich den meidenluftballon noch mal ja das ist keine ein bisschen kohle brauchen wir noch dann können wir noch ein ballon starten ich höre doch was habt ihr noch ein bisschen kohle dann können wir gleich ballon starten ja ich habe 41.000 das müsste er noch was findet wir starten hier gleich da vorne damit das ding weg ist wir müssen noch kurz stehen bleiben so ballon ballon gut gestartet ballon toll ich habe immer noch 70.000 ja besser als alles weg das ist richtig sagt bescheid weil ich habe noch ein paar transportballons gefunden also noch ein bisschen haben wir keine kohle können ja zur aufklärung laufen 50 sekunden ich weiß nicht ob wir das noch schaffen nein schaffen wir nicht das ist viel zu weit weg aber wir sollten uns glaube ich so oder so vielleicht also ich glaube jetzt kriegen wir wieder einen ballon voll knapp oder ja ja komm ich schmeiß ihn jetzt hier wo bist du wo bist du wo bist du schmeißt er kommt schon sowieso lol ich würde nur noch 6600 sammeln so viel geld wir finden können ja das war's können wir nur noch kohle machen das bräuchten wir nur noch irgendwie raketenwerfer oder so ich habe mal abgelegt scheiße der ist hier ah fuck ah fuck ich lieg hier lasst den runter holen ich habe noch zwei ich habe ihn er kommt runter hier ja 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 das ist noch einer Ah, hinten. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr da hin. Ich habe da Kohle gefunden. Einfach so. Einfach so, ey. Mitten auf meinem Weg. Findet ihr einfach Kohle, ey. Brauchst du noch Platten? Fahr in die andere Richtung. Fahr in die andere Richtung. Da ist noch Geld. Fahr in die andere Richtung. Da ist noch Kohle. Guck mal, da ist noch ein Batzen Kohle. Da stehen schon welche. Oh Mann, ich komme nicht raus. Was soll ich hier verpissen? Komm, komm, komm. Ja, geil. Zwei Fahrzeuge. Das war ja mal nicht schlecht. Wir hätten uns noch nach vorne durchgezogen. Ich glaube, wir haben uns einfach ein Gefecht geliefert, ne? Rache. 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 Rache ist gut. So, erstmal ess ich. Erstmal ess ich jetzt was. Ah, war noch erfolgreich. Mein Björn. Björn, Björn. Na, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, wager noch.